Was kann eigentlich Heilbronn? Heilbronn ist aufgeschlossen. Wir sind sportlich. Wir fördern Kunst und lieben Kultur. Wir verbinden Kulturen und gaben der Stadt blühendes Leben. Heilbronn ist wirtschaftsstark. Innovation ist bei uns wohlgelegen. Bei uns findet man Hidden Champions und Visionäre. Und doch bleiben wir immer auf dem Boden oder auch darunter. Moderne Handel hat bei uns Tradition. Heilbronn ist lebensfroh. Wir gehen gerne aus und kehren gerne ein. Wohnen ist bei uns pure Lebenslust. Heilbronn ist bildungsstark. Von den ganz Kleinen bis zu den Großen. Visionären von morgen sind wir immer neugierig, was die Zukunft bringt. Das alles kann Heilbronn. Wenn unbedingt optimistisch geht. Das alles kann miracles sein, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, 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 ja.